Ich bin mit 240 Sachen gefetzt. Habe ich mich selber geblitzt. Jetzt guckst du hier. Hau nicht in diesen Ton, bitte, ja? Weißt du was, ich mach dir einen Vorschlag. Kommst du rein und wir fahren eine Runde zusammen. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Ey, hab ich gesagt, du kommst nicht rein. Wirklich? Schneid sie dich an, du Arsch. Also, das ist ja wirklich ein toller Schritt. Wissen Sie, wir fahren ja nur diese lahmen Streifenwagen. Wofür steht denn das Kahn im Schalthebel? Kalavierstadt. Von 0 auf 100 und nur 3 korrekte Sekunden. Wow, in 3 Sekunden. Das sind ja 3 Punkte im Flensburg, Freundchen. Ja, ja. Und wofür ist dieser Schalter? Was heißt T? Turbo. Auf 200 und nur 3 korrekte Sekunden. Wow, ich glaube ich spinne. Ich glaube ich spinne. Wir laufen jetzt weg, Meister. Ja, ja. Und wofür ist dieser Schalter? Dann geht's wohl noch schneller. Korrekt, Alde. Es geht super schnell. Schleude sitzt, du Arsch.